So, die Büsos auch hier solidarisiert sich mit den Friedensteilnehmern, die halt eine Deeskalation fordern, die mehr Diplomatie fordern. Und es ist ganz klar, was halt fehlt, ist halt die Weisheit und die Weitsicht, die wir mit diesem Aufruf haben, dass Trump, Xi Jinping und Putin sich an einen Tisch setzen. Und das ist jetzt das A und O und deswegen bin ich hier, um auch diesen Aufruf zu verteilen. Verbreiten Sie dieses Video und diesen Aufruf, den Link packe ich in die Beschreibung dazu. Ich hoffe, man konnte mich gut hören. Ja, werden Sie aktiv.